Wer weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt? Logitech G925, geil. Da macht dann Spaß, ne? Zu fahren, entspannen, bisschen zu schalten, Gas geben, Kupplung, Bremse und dann mit dem Tracker so ein bisschen zen, man, spritzen, ritzen, schlitzen. Total geil. Ja, ja, same, same Bonehead, same. Dieses Monat geile Spiele auf Game Pass. Heyday 3, Lies of Pee und Sternenfeld. Dreschen. Ich drescht, also du willst mich dreschen? Gerne, aber nur auf dem Nacken Poppes. Yes. Überzeugen. Erzähl mal über diesen Gefallen. Warm hat Dolce dich zum Christen gesagt. Das ist ja spannend. Dreschen. Ja, du willst mich in dem Spiel dreschen? Ich weiß, es hat auch PvP. Wer erntet und pflügt schneller ins 15 Sekunden? Wem gehören die Kartoffeln? Bist du Kartoffelmeister? Überzeugen. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Okay. Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben. Hilf mir doch einfach, nächstes Mal revanchiere ich mich dafür. Ja, kenne ich. Das höre ich gern. Ja. Überzeugt, ich zahle kein Köln. Überzeugt, ich zahle kein Köln. Schon gut. Kein Wunder, dass Ryujin dich angeheuert hat. 30 Hektar Karotten ernten. Okay. Weird Flag. Sorry. Ich wusste nicht, dass du Profi bist. Erzähl mal über diesen Gefallen. Während du im Tower herum schnüffelst, musst du nur noch kurz bei einer anderen Workstation halt machen. Bei der von Camden Joe. Führe einfach das Programm auf der Slate aus, die ich dir gebe und fertig. Ganz simpel. Ich verstehe. Ja, hey, wenn Spaß macht und man in diesen Drescher eintauchen kann, dann wird man einfach zerdrechselt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, du kommst da raus und kann mal nicht zusammenbauen und das Puzzeln oder so. Weiß ich nicht. Also, geil, Mann. Freu mich für dich. Was hat es denn mit dem Camadon Joe auf sich? Da geht es um einen anderen Kunden. Aber wenn jemand was über Camden rausfinden will, kann sich ja nicht, weil er ihn mag. Was hast du denn mit den Informationen vor? Erzähl mal. Sagen wir einfach nichts, was Ryuji nicht auch mit anderen machen würde. Also, ich sage mal, diesem Arsch muss man alles aus der Nase ziehen. Ist eine Erntemaschine mit Hundegang-Wendung. Ja, aber wenn ich einen Kratzen-Gang möchte, ist das dann auch legitim oder ist das zu viel? Ist das too much? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, Digi. Eher nicht. Ich arbeite für und nicht gegen Ryujin. Es scheint klug, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Hat das gefallen. Und nicht in anderes verwickelt zu werden. Grüß meine Liebe. Wie du willst. Dann reden wir wieder über die Bezahlung. Hausen, kein Problem. Ich habe mit ihm, glaube ich, das Geld abgenommen. Immer wieder gerne. Dein Job ist simpel. Führ das Baby hier einfach auf Ularo Chens Computer aus. Das Programm macht den Rest. Mach ich. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Slate? Ularo hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Ah ja, geht schon. Holmer Maschine, mit der machst du auch Rüben. Also, okay. Ich verstehe. Siehst du, jetzt weißt du genau, warum ich mich da noch nicht rangewagt habe. Das ist viel zu viele Infos in meinem Kopf, die ich nicht verarbeiten könnte. Aber irgendwann beim nächsten Teil bin ich dabei. Kam es nicht letztens im Dezember? Kam es nicht in... Nee, es kam... Kann ich eine Gold Edition geben raus? Mit dem Add-on zusammen? Äh, irgendwie bleibt die Drecksarbeit immer mir kleben. Alles klar. Ich komme zu dir, wenn ich die Daten besorgt habe. Sicherheit. Gut. Wenn ich... Ich würde der Security hier sowieso nicht trauen. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. Hier ist die Slate. Ich warte. So, wenn schon der Sergeant Bonnet da ist, dann müssen wir ihn direkt verprügeln, weil wir lassen ihn nicht so davon kommen, den Knochenkopf. So, müssen wir kurz rüber. Direkt verprügeln. Ich bin nur froh, dass ich mich nicht an bewaffneten Wachen vorbeisprechen muss. Also, ich habe den 1000... Ja, aber ich spiele den Standard an der Xbox Series X. Oh, gibt es da kein Add-on, ne? Sophie Garcia, can I claw you? Hello? Oh, die kann man nicht beclawen, oder was? Mehr habe ich nicht für dich. 32 Prozent, die sieht mich ja eh. Okay, ich kann das nicht mehr klauen hier. Serious X, sagt er. Schönes Ding. Schöner schwarzer Kühlschrank. So muss das sein. Ich finde das geil mit diesen ganzen Fähigkeiten von Überreden, vom Klauen und von allem. Das ist alles viel einfacher. Doch, aber ich bin nicht zufrieden mit der Version. Dank Game Pass. Also, ich bin zufrieden. Achso, nicht so. Ach, LS 22 Game Pass? Wild, wild, wild. Du bist vollkommen zufrieden, das freut mich. Ja, wusste ich nicht. Ich wusste, dass ein alter Teil schon ist. Das Microsoft auch sowas supportet Main. Finde ich gut. Microsoft Nummer Uno. Okay, ich muss hier ganz hoch. So, hier, schau mal. Hier ist ein Schalter. Finde. Finde einen Weg in den Tower. Hier muss ich einen roten Knopf drücken. Dein den da oder was? Der kann nicht hier hinfliegen oder nicht? Warum muss ich den Knopf drücken? Was ist denn hier noch? Scannen wir mal noch ein bisschen. Hier ist gar nichts, oder? Wie lange bist du denn schon mit dem Landwirt-Sammelator unterwegs? Knopf. So. Ja, schade. Ich dachte, ich muss... Oha. I have no high angst. There's no problem. Aber ich kann trotzdem vorbeispringen. Aber ich habe ja meine Düsen-Raketen-Jet. Schwere loser Draht. Ja, das ist halt so wie ein WLAN-Draht. Kennt man. WLAN-Draht Main. So, mein Guter. Muss los. Der Hund wird raus. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Für seit drei Jahren. Oha. Das ist schon eine Menge. Immer noch begeistert, oder was? Ist das immer noch das Gleichspiel? Oder fängt man davon mehrfach an? Sorry fürs Löchern. Wünsche dir und den Hunden einen schönen, entspannten Tag. Schön starten in die Woche. Danke für den Besuch. Hat mich mega gefreut. Ähm. Ähm. Hier. Herzlich. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Also, tschüss. War nett. War gar nicht mal so scheiße. Die Unterhaltung, wie ich mal von Anfang an dachte. Äh. Ich meine, war geil. Tschöö. Man liest sich. So, Option da rüste. W, 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 w. Mal machen wir hier. Nicht so schnell hier. Option. Rüste. O'Baron. Nova Blastisch Raptor ausführe. nächstes Programm auf Olaros Computer aus. Ach, das habe ich schon. Oh, wir sind hier in der in der Lüftung wieder. Hello, ist hier jemand? Hello again. Ich sage einfach hallo wieder. Cola? Ist jetzt too much? Darf man nicht klauen? Okay. Du bleibst unerlaubt hier. Was, 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 was? Wenn ich zu lange, was? Sie ist ja eh unsichtbar. Da sieht man ja nicht die andere. Out of order. Ist meine Begleitung? Die Begleitung ist da. Andrija. Hi. Ja, genau, genau. Dietrich. Was ist, du bist unerlaubt hier. Es wird gefährlich, aber kein direkter Weg. Wie genau haben wir das uns jetzt vorgestellt? Wenn du bleibst, wird es gefährlich. Okay, aber Olzenschneider. Na, warte mal kurz. Äh, führe Nix-Programm auf Olarus-Computer aus. Ich habe mich jetzt hier hinbegeben. Und Olarus-Computer ist vielleicht da hinten. Hier, warte. Ah, lol. Guck mal. Oha. Oha. Hier ist Panil-Tür. Bodenleuchtung ausschalten. Okay. Du machst es nur noch schlimmer für dich. 350 Kopfkern. Entschuldigung, dass ich wegen einem Licht werde ich gefangen genommen. Das Licht, das war zu viel. Bodenbeleuchtung. Okay. Sorry. Bodenbeleuchtung ist zu krass, Oida. Das, das, das darfst du nicht zulassen. Okay. Wir haben eine Betäubungswache. Tür. Okay, wir dürfen nicht gesehen werden. Warte mal. Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Oha. Okay, dann betäuben wir die mal. Auch die Wache und so. Vor sie uns sieht. Kopfgerl hinzugefügt. Krass. Zuvor, zu schnell geht das. Ich darf doch hier nicht schießen. Ball doch um. Sie neutralisieren. Ist das Kopfgeld noch da? Ach, deswegen alleine, oder? Aber sie ist ja... Ich teste mal kurz. Lass mich mal kurz hier stehen. Sie ist ja eh unsichtbar, aber wenn ich mich sichtbar mache, dann, also wenn ich nicht mehr ducke, dann ist sie sichtbar. Okay. Hier. Warte. Warte kurz hier. Make it so. Machen sie es so. Langfinger. Hier hat nichts. Okay. Okay, Betäubung. Laser auf Betäubung. Das Ding ist jetzt... Wo genau ist das jetzt mit dem Computer? Das ist oben. Schon wieder irgendwo oben? Okay, warte hier. Check ich nicht gerade. Ich hätte vielleicht komplett durch die, durch diese Dinger gehen können. Okay, ewig bleiben wir nicht liegen. Warum ist das Ding jetzt hier? Verstehe ich nicht ganz genau. Ich gehe dann jetzt komplett wieder zurück. Ich glaube, ich muss dann wieder... Das ist falsch, aber... die Orientierung ist komisch, was das angeht. Schon hier, ja? Die sind aber wieder aufgewacht jetzt, weil die Zone wieder geladen wird. Die sind wieder aufgewacht, weil sie wieder reingeladen wurde. Hi. Ja, aber eher nicht. Die beiden? Wieso sind die beiden wach? Und der andere nicht? Ey, wie stark sind die jetzt? Ey, bis die Betäubung wirkt, bin ich ja auch down. Jetzt habe ich die gleich noch mal betäubt. Ich war hier schon auf der anderen Seite. Ich war auch hier oben schon. Ich muss jetzt hoch die Leuchte drücken, oder? Kann das sein? Das Licht? Hi. Nee, oder? Ich bin ja wieder aufgewacht, aber ich checke nicht, wo ich hin muss. Das ist eben nichts. Das ist komisch, Alter. Dass im Nichts irgendwo... Dass im Nichts irgendwo aufladen, ist seltsam. Also, dieser Punkt, der macht es irgendwie falsch. Bist du auch etwas gehört? Ja, ja, aber ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Sind die wieder da, oder was? Die wachen beide so schnell wieder auf, oder? Das ist noch ein anderer. Das ist ein dritter. Woher kam er denn jetzt her? Das ist noch ein dritter. Oh, lol. Okay. Sorry. Dass da hinten noch ein Gang ist. Nicht gesehen. Okay, warte. Ich komme hier rein. Ich komme hier rein. Da ist dieser eine Gang. Okay. Dann gehe ich hier durch. Rechts. Okay. Hier ist nichts mehr. Ich muss doch irgendwie noch so einen Gang hier hoch geben. So, ich komme hier rein. Hier geht es hoch. Ich komme hier rein. Okay, die Schüsse haben nicht getroffen. Ich komme hier ran. Was trifft ihn denn? Außer meine Schüsse. Okay, wir sind noch nicht durch. Ich hoffe, das wird nicht von der Zeit abgezogen. So etwas passt nie. So etwas Tolles. So etwas Tolles passt nie. Das passt ja auch nicht. Warum bin ich hier drin? Warum durfte ich hier rein? Warum durfte ich hier rein mit dem Ding? Luke. Okay. Wie heftig hier, wo ich hier überall hin muss. Mal kurz normal speichern. Wild. Das ist ja, wo ich mich hier durchmogeln muss. Das geht ja sogar noch hier weiter. Ich sehe hier nichts. Okay. Wir werden angegriffen. Schon wieder irgendwie oben. Boah, heftig, Mann. Das wildeste Mission bis jetzt. Geil. Sie geht noch höher hier anscheinend. Okay. Zum. Hallo. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Kappa. Lehrling. Nein, nicht stehlen. Stopp, weg da. Das darf ich ja nicht. Oh mein Gott. Umsetzen hier. Und ich darf keine schießen, oder was? Kann ich doch Fläche liegen lassen. Fäger. Wo muss ich denn hier noch hin? Okay, das ist ein Roboter. Was zum Fick ist das für eine Mission? Granate schon wieder hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Dieser Scheiß-Computer. Lass mich da rein. Boah. 40 Meter nach oben. Hier. Sie sind hier. Wie soll ich denn hier hinkommen? Das, ey, das ist halt schon heftig. Wie soll ich denn da hinkommen? Noch höher muss ich. Ich weiß nicht, wie ich hier höher kommen soll. Ohne Witz. Also hier ist Sackgasse. Ich gehe sogar von der Range. Ich fahre mich an, wie sie hier schon, okay? Das geht ziemlich schnell runter, die Betäubung. Die schießen durch das Ding da durch. Der Roboter ist halt das Einzige doof, wenn noch... Das Ding hat jetzt einen direkten Weg anscheinend. Nein. Ach, Ficka. Wir speichern jetzt mal, um zu wissen, ob es funktioniert. Das Ding ist jetzt hier der Computer, ja. Arbeitsplatz. Schlüsselkarte. Bekanntmachung. Urlaubstage. Bekanntmachung. Nachricht. Lieferung. Projekt im Wert. Bestätigen Sie, dass ich schicka will, für seinen letzten Bericht keine... Beweisdaten. Hier sind die Bestätigungsnummer für die Lieferung. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Arbeitsplatz. Rover. Okay, das sind die Sachen, die wir brauchen. Nutzer wird ausgeführt. Festplatten untersucht. Standard. Haben wir. Und jetzt? Verlasse den Reju Tower. Lol. Oh mein Gott. Ich muss auch noch meine Begleitung finden erstmal. Wieder zurück zu meiner Begleitung. Liefere. Liefere Ort. Analyse. Erlichte in der Dunkelheit. Und Sachen. Irgend... Holen wir hier da. Hier da. Okay, wir müssen wieder zurück. Die meisten sollten eigentlich pennen. Außer halt der Roboter nicht. Aber den habe ich eh nicht mehr gesehen. Der ist zu. Kann ich nicht den offiziellen Weg nehmen, oder? Lass uns mal überlegen, wie wir hier rauskommen. Toilette. Alles klar. Gut. Wie groß dieser Tower ist. Richtig wild, ne? Eine ganze Firma hier. Hm. 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 Ich muss schauen, wie ich hier rauskomme. Ich weiß momentan nicht, wie ich hier rauskomme. Hier ist der Computer. Verriegelt. Meisterschloss. Boah, Alter. Okay, das ist... Das ist fies. Das ist... Boah. Boah. Also, das kann dauern hier. Lol. Lol XD. Es gibt gar kein 3 so nah zusammen. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Es gibt doch kein 1er, gell? 4er, 3er, so. Wir machen hier nochmal raus den Schlüssel. Drückingig R. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vielleicht, ähm... Was anders hier nutzen. So, das könnten wir... Haben wir das nicht eben gemacht? Und dann brauchen wir so ein 2er. Von dem zu dem. Geht das? Ne. Nur das geht. Boah, es sind noch 2 rein. Was müssen wir uns aufsparen? Und haben wir das Richtige benutzt am Anfang? Dass wir es jetzt aufsperren können, ist klar. Aber wir müssen die Richtigen behalten für das Letzte. Und ich hab noch nicht so die Übersicht, was wir am letzten brauchen. Okay. 2er. Was für mögliche, dann haben wir für 2er. Okay, das wird auch gehen. So, so haben wir... Das hier, ne? Ne. 2er. Das wird auch nicht gehen. Boah, okay. Okay, Meisterschloss, Endgegner. Also, wenn wir das nutzen... ...bräuchten wir das hier. Das wird nicht gehen. Doch, oder? Warte, 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 warte. Warte, ich muss mal für das andere wieder finden hier. Das hier, ne? Ne, das ist gleich. Jetzt ist das gleich. Das hier. Was hab ich mich... Hab ich mich eben verschaut? Oh nein, hab ich mich verklickt? Hab ich mich verklickt, Alter? Seriously, hab ich mich verklickt gerade? Wollte ich ein anderes machen? Ist doch, Alter, das ist doch schön vorbereitet. Oh mein Gott. Hier sind... Wir haben keinen Einser. Wir haben ja keinen Einser. Ich glaub, das Schloss ist das Schloss... ...Scherin, das Schloss ist schwer. Weger. Das ist ein Dreier. Vierer, sorry, Vierer. Vierer. Einser haben wir nicht. Das ist mein erstes Meisterschloss, gell? Haben wir zwei Zweier. Zweier. Wir können das nicht aufmachen. Wir haben keinen Vierer. Wir müssen das zurücknehmen. Zweier haben wir nicht zwei, ne? Ne. Ich glaub, ich muss... Also, es passt kein Vierer. Wenn kein Vierer passt... Ich glaub, ich hab das falsch... Ich hab's doch berechnet. Ich hab's doch geschaut. Also, vier... ...passt nicht. Vier... ...passt auch nicht. Eins, zwei. Das Vierer... ...passt auch nicht. Und zwei Zweier haben wir nicht. Zweier... ...wir müssen wieder zurück. Gut. Was hab ich jetzt hier gemacht? Also, wenn ich wollte... Warte, warte, warte. Das Ding ist halt... Okay, schau mal. Das wollte ich rein. Aber das... ...geht hier, genau. Das geht nur hier und dann... Ich komm, ich mach einfach... ...bevor ich jetzt hier rumrätsel. Das einzige Zweier. Das wollte ich machen. Das... ...und das... ...und das... ...und das... ...und das... ...haben wir... ...das Letzte, mein Freund. Oh mein Gott. Haben wir die Richtigen übrig gelassen? Ich mach einfach mal... ...dach, das geht nicht wegen dem. Ich hab jetzt zu viel Random gesetzt... ...ohne zu überlegen, was als nächstes kommt. Aber ey... ...das ist ja auch... ...äh... ...Endgegner hier. Sorry, aber das ist halt schon krass. Ja, ich hab mir nicht die falsche Müllchen... ...einser Hammer leider nicht. Ich hab mir halt... ...ich muss den Weg hierher anders machen. Ich muss die Dietrich hier nochmal raus tun... ...den Weg hier anders machen... ...und ich am Schluss... ...die behalte die Richtigen. Also... ...wenn schon was wir haben. Also mit dem kommen wir nicht weiter. Das ist das einzige Zweier, wo näher ist. Okay, das hier... ...kommen wir auch nicht weiter. Das hier... ...ja, geht halt nicht. Überlegt nichts, wir haben kein Einser. Das hier, haben wir schon gesagt. Ist das nicht das gleiche, das und das fast? Und das... ...wir haben kein Einser. Okay. Das längste Schloss, als ich gebraucht habe, war glaube ich 10, 15 Minuten. Und das... Oh mein Gott. Wollen wir es wirklich hier... ...ist da... ...mit dem auseinandersetzen? Okay. Okay, wir können mit diesem vorhandenen nichts machen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Hierher. Okay. Das Ding ist... Der andere Weg. Wo fängt der an? Schon viel früher. Boah. Okay. Gut. Warum... ...ist hier so... ...Anzeigebildschirm aktivieren? Könnte ich gar nicht. Warum ist es hier so abgeschlossen? Was ist denn hier ein nettes... ... ... Was ist denn hier so nett, warum ist es hier abgeschlossen? Einfach so Büro, oder? Ah, da ist noch ein Safe. Inhalte Meister stehlen. Aber dann habe ich ja direkt Kopfgeld, oder nicht? Wäre geil, wenn wir da nicht belangt werden. Oh, die Wachen sind ja schon wieder unterwegs. Dann könnte ich... Boah. Oha. Oha. Ding ist, wir können es umsonst machen. Müssen wir vielleicht nochmal laden. Oha. Endgegner. Okay, wir probieren es halt mal dahin zu kommen. Ich plane jetzt auch nicht viel. Ich mache halt einfach. Was ist das? Ein Vierer haben wir hier frei. Vierer. Okay, die Vierer. Ich schaue mal, ob Vierer passt. Vierer? Nee. Vierer passen, glaube ich, nicht. Nee. Äh. Da ist noch ein Vierer. Nee. Hier ist noch ein Vierer. Das passt auch nicht. Okay, Vierer passen nicht. Äh, dann... Vierer, Zweier. Wir können zwei Zweier probieren. Zwei Zweier. Es gibt sogar noch einen Einser. Wann wird der benutzt? Also der Zweier von uns nicht. Der Zweier. Der würde hier gehen. Der Zweier würde hier gehen. Der nächste Zweier da oben, oder was? Weiß nicht, aber... So, probieren wir einen Vierer erstmal wieder aus. Vierer würde... Nee, würde nicht gehen. Schade. Vierer finde ich immer so befriedigend, dass so viele Löcher schon abgedeckt sind. Okay. Der nächste Vierer ist hier. Der würde sogar gehen. Komm, wir holen uns den rein. Und der Zweier. So, haben wir die Richtigen übrig? Wir haben vier Löcher. Vierer? Ja, das wäre zu einfach. Geht nicht. Vierer geht nicht. Nee, nee, nee. Gut. Der andere Vierer? Glaube ich auch nicht. Der Vierer? Nee. Also wir haben einen Satz und... Ja, wir müssen zwei Zweier machen. Zwei Zweier müssen es sein, sonst geht es nicht. Einmal. Zweimal. 1600 Ding und schwerlose Aufhängung. Haben wir. Haben wir. Das ist ja wild. Okay. So, das war jetzt nur ein kleiner Abstecher in den Tresor. Wir müssten jetzt wieder nach Hause finden. Okay, das wird noch krass hier. Es war ein langer Weg hier, aber war krass. War eine der coolsten Missionen. Hinterkommen ist das. So, ja. Over. Ist jetzt eine der krassesten Missionen. Hier ist noch ein Safe. Hier waren wir schon. Ah ja. Oh, danke schön. 5.50 Uhr, digitale Schlösser. Gut. Haben wir auch. So, jetzt habe ich natürlich verpeilt, wo wir hier weiter müssen. Ich glaube, wir müssen in ein Rohr rein, wieder nach unten. Ich glaube, wir müssen in ein Rohr rein. Wir sind wieder da, wo wir am Anfang sind. Aus welchem Rohr sind wir rausgekrochen? Hier. Ja, die Schwerkraft ist scheiße hier in dem Ding. Okay, hier ist kein Zugang möglich. Dann müssen wir hier schauen. Hier ist auch nichts. Oh, das ist wieder ein Tresor. Ich lasse mich ja so ablenken von sowas. Wenn ich mir mal den Weg so angeschaut habe. Ein bisschen Bescheid weiß, kommt das hier. Experte. Ui. Okay, okay, okay. Zweier wird, Dreier wird direkt passen. Wir probieren. Was ist das? Dreier ist Max oder was? Äh. Okay. Ich habe... Ich habe einen Fehler schon gemacht. Ich habe, warte mal, 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 einen Moment. Okay, Sekunde. Ich finde, die sind schon auch wild. Okay, hier. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Löcher. Also, zwei, drei und eine Eins. Weil wir haben, wir haben keinen, doch wir haben einen Vierer haben wir da. Vierer. Hauen wir mal rein. Dann brauchen wir einen Dreier. Zwei eng zusammen und eins weiter weg. Das ist das Einzige hier. Gut. Dann haben wir eins, zwei, drei, fünf. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist eng zusammen. Und ein Zweier. Ein Zweier und ein Einser, oder? Ein Zweier. Ein Zweier. Die ganze Abteilung hier ausrauben. Ich glaube, ich spinne. Okay, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich. Habe ich mich ein bisschen nicht zurecht gefunden. Ich muss. Irgendwo. Lang. In ein Rohr. Und die Security. Wacht gleich wieder auf. Also, ich komme hier lang. Gehe da lang. Hier rechts. Hier nichts. Hier rechts. Schwertresor. Ich glaube, ich spinne. Ja, komm. Wir riskieren es. Einfach zu wild. Oh mein Gott. Den Einser weg benutzen. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben vierer. Vierer. Nee. Ein Vierer. Noch ein Vierer. Erstmal prämen, ob die Vierer passen. Nee. Äh. Wir haben Dreier. Wir haben. Das wird passen. Zweier. Haben wir Zweier? Wir haben doch hier, da. Oh, das passt gar nicht. Okay. Okay, der Zweier ist halt, ist halt nutzlos. Wenn wir. Warte, 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 warte. Wenn wir. D, 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 d. Wenn wir den hier reintun, brauchen wir einen Einser. Ja. Haben wir ja. So, das Letzte. Dreier. Ich glaube, wir haben es uns verscherzt, oder? Nee. Oh mein Gott. Alter, wie viel muss ich hier noch? Wie viel knacke ich denn noch jetzt hier? Wenn ich hier lebendig rauskomme, weiß ich. Was ich mal testen möchte, ich möchte eine Wache nochmal anschießen. Eine Wache nochmal anschießen, um zu schauen, ob sie nochmal betäubt ist, oder betäubter. Ob die Betäubung wieder hoch geht, so rum. Nee. Aber die Frage ist, wo zum Teufel kommen wir hier raus? Wie zum Teufel kommen wir hier raus? Wo kommen wir in den Rohr rein? Hier geht's nicht. Ich sehe jetzt, auf dieser Etage sehe ich nichts. Ich erschrecke mich doch, das ist der Roboter. Der Große. Okay, warte mal. Ich sehe jetzt, auf dieser Etage, nichts. Okay. Pädeltürfer, die gilt. Müssen wir die wohl aufmachen, schätze ich mal. Zweier. Können wir aktivieren? Was bringt uns das? Achso, nur das Licht. Das ist ja eh scheiße, aber gut. Wir probieren uns mal hier rum zu gehen. Das bringt mir jetzt aber echt wenig. Also, ich bin jetzt hier oben, habe das Licht ausgemacht und habe keine Möglichkeit, irgendwo weiterzukommen, oder was? Die Wachen wachen gleich auf. Tödliche, bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Okay. Wir sind jetzt hier rein, haben das Licht ausgemacht. Wir sind jetzt hier rein, haben das Licht ausgemacht.